Der Dayton D210 ist ein moderner Sommerreifen, der speziell für PKWs hergestellt wurde. Es ist ein sensationell entwickeltes Modell, das ein hohes Maß an Sicherheit bietet. Der Dayton D210 richtet sich an Fahrer, die Reifen für die im Frühling bis Herbst herrschenden Wetterbedingungen suchen. Der Reifen ermöglicht ein präzises Manövrieren auf trockenen und nasen Fahrbahnen. Das laufrichtungsgebundene Profil leitet Wasser ideal ab und sorgt somit für zusätzliche Sicherheit. Die breite Mittelrippe sorgt für erstklassige Fahrzeugkontrolle und ein präzises Lenken. Vorteile des Dayton D210? Präzises Manövrieren, hohes Maß an Sicherheit, sensationelle Wasserableitung. Fast 90% der Portalbenutzer von oponeo.de empfehlen diesen Reifen.